Achtung, Liga-Streitkräfte im Sektor 3, 4 und 6. Sarah. Sektor 3, 4 und 6. Sarah. 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 Jim? Jim? Wo ist Jim? Wir konnten ihn nicht rausholen. Valerian. Du hast ihn zurückgelassen? Waffen runter! Lassen Sie ihn los, Kerrigan. Valerian hilft uns. Es gibt kein uns. Feindliche Schiffe. Mehrere Ziele im Sicherheitsbereich. Geschwader 3 bis 9 alarmieren. Bumpst entbrochen. Sektion 7 wegdrehen. Verteidigungsmanöver Delta 4. Auf Sprung vorbereiten. Wir gehen nirgendwo hin, bevor ich Jim gesehen habe. Schilde bei 30 Prozent. Ausfall steht mir vor. Ligaflotte. Hier spricht die Hyperion. Feuer einstellen. Kronprinz Valerian ist an Bord. Mein Vater würde jede Spielfigur opfern, um die Königin zu Fall zu bringen. Wir müssen jetzt springen. Wir locken sie weg und kehren für Jim zurück. Sarah, wir müssen zusammenarbeiten. Macht, was ihr wollt. Ich werde Jim suchen. Ich werde sie weg und kehren für die Königin zu kommen.